Guten Morgen Otto. Guten Morgen. Alles gut? Ein schickes Höschen hast du an, ja. Höschen? Hier, kurze Hose. Achso, du hast ein schickes Höschen an. Ja, alles grün und grau, ne? Läuft. Wir müssen deine Drifting-Challenge noch abdrehen, ne? Ja, die müssen wir noch machen, tatsächlich. Ich bin ja auch dabei und Wetter wird immer besser, wird nur sauer warm in der Karre, kleine Klimaanlage und so. Also wer sich den O-Temmer zulegt, Mittag auf behalten, das könnte unangenehm werden manchmal. Sprechen wir gleich noch mal drüber, ja? Machen wir, auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich. Der Chef ist auch schon da. Dann bin ich da total okay für. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, sag mir doch mal dein Feedback. Tschau. Ja, Moin. Guten Morgen, Chef. Sö, ich habe gerade noch kurz eine WhatsApp-Sprachmärkte. Wie geht's? Ja, sehr gut. Euch auch? Ja. Ist das von Esteban? Ja, er hat mir Spiegel allgemacht mit Salat. Heute Morgen ging nämlich der Tag wie folgt los. Erst laufen, danach hatten wir Reporting-Meeting, dann hatten wir Budget-Meeting für Juni und dann bin ich hierher gefahren und habe jetzt erst mal noch so ein bisschen vorbereitet. Und jetzt drehen wir Videos. Guck mal, ich habe ein Video schon hier. Und die anderen Videos, die muss ich noch ausdrucken. Sind das die zwei von letzter Woche? Eins auf jeden Fall davon, ja. Das habe ich vorbereitet. Sehr gut. Ja, wirklich. Also von daher, freut euch auf ein schönes Video. In diesem Video sprechen wir über... Ich weiß noch nicht. Du hast es im Titel gesehen. Und von daher würde ich sagen, let's go! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, worüber möchte ich mit dir sprechen. Ganz einfach von der Idee zum Geldverdienen. So wirklich from scratch. Nur eine reine Idee. Was sind die Schritte, um ins Geldverdienen zu kommen? Konkret sind aus meiner Sicht vier Dinge plus drei Dinge. Und welche sind, gucken wir uns jetzt an. Let's go! Genau. Also vier Dinge plus drei Dinge. Die sind es. Denn aus meiner Sicht brauchst du am Anfang erst einmal nur vier Sachen. Okay? Diese Sachen sind gefolgt. Nummer eins ist ein Geschäft. Gucken wir uns gleich an, was ich damit meine. Nummer zwei ist, du brauchst Kunden, oder? Kunden machen sind. Also, schauen wir mal hin. Kunde. Nummer drei, was du brauchst, ist ein Angebot. Und das vierte, was du brauchst, der vierte Bestandteil, um dann am Ende damit auch Wert zu generieren, Wertschöpfung zu generieren, also auch Umsatz zu machen, Geld zu verdienen, ist ein Preis. Das sind die vier Elemente. So weit, so unspannend. Lass uns da jetzt mal ein bisschen Futter reinpacken. Das Geschäft. Was meine ich damit? Ganz einfach. Das Geschäft. Das bist du plus dein Vorhaben. Okay? Denn nochmal, hier heißt es ja von der Idee zum Geldverdienen. Du hast eine Idee, das ist also dein Vorhaben und du selber. Das ist das Geschäft. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Logisch, oder? Also Geschäft. Haken dran. Super. Das nächste, was du brauchst, ist Kunden. Kunden. Das heißt, lass uns das mal präzisieren. Du brauchst in einem Markt, führen wir das mal aus, in dem Markt brauchst du zwei Sachen. Du brauchst eine spezifische Zielgruppe. Und diese Zielgruppe sollte haben ein spezifisches, entweder Problem, also Engpass, oder aber Wunsch, Ziel. Okay? Problem oder eben Wunsch, beziehungsweise Ziel. In einem Markt, eine spezifische Zielgruppe mit einem spezifischen Problem, Engpass, oder einem spezifischen Wunsch. Das ist aus meiner Sicht schon mal ein ganz wichtiger Punkt, bei dem viele einen Fehler begehen. Warum ist Facebook so groß geworden? Wenn man das mal analysiert, dann hat Mark Zuckerberg, ob intuitiv oder weil er es wusste, keine Ahnung, eine Sache sehr, sehr richtig gemacht. Bei Netzwerkgeschäften ist es immer schlau, wie bei vielen anderen Geschäften auch, wenn man startet, am Anfang sehr, sehr spezifisch zu sein. Facebook war am Anfang wirklich nur für Studenten von, was weiß ich, ich glaube Harvard, oder Facebook, oder? Nur für Studenten von Harvard. Eine ganz spitze Targetierung. Hätte er ein Network begonnen, à la Facebook, und er hätte gesagt, ja, das ist für jeden, ich will jeden haben, hätte er nicht funktioniert. Und da kann man viel daraus lernen. Deswegen in einem Markt eine sehr spezifische Zielgruppe mit einem sehr spezifischen Problem oder Wunsch. Bei mir in der Vergangenheit, ich kann das Beispiel nochmal bringen, in meinem Kosmetik-Großhandel, da war, der Markt war Kosmetik. Die spezifische Zielgruppe war Nagelstudios. Und das spezifische Problem, was wir gelöst haben, gleichzeitig spezifischer Wunsch, war, ich als Nagelstudio-Betreiberin möchte mehr Modellage-Kunden haben. Beziehungsweise, ich möchte mehr Kunden haben, die mir hochpreisige Dienstleistungen bezahlen und diese Dienstleistungen sehr regelmäßig, kontinuierlich bei mir in Anspruch nehmen. Markt, spezifische Zielgruppe, spezifisches Problem. Fokus. Okay, ist ganz, ganz wichtig. Nicht für alle, weil wenn du es für alle machst, machst du es für gar keinen. Jetzt kommen wir zu deinem Angebot. Nun, das Angebot ist relativ simpel. Das ist deine Lösung. Das ist deine Lösung für den Markt, für die spezifische Zielgruppe, entweder zur Lösung dieses spezifischen Problems oder aber zur Erreichung, das ist ja auch eine Art Lösung, des spezifischen Wunsches. Wunsches. Okay, das ist es am Ende. Das heißt also, das hier ist entweder ein Produkt oder eine Dienstleistung. Let's face it, das ist ein Angebot. Klar, klar und deutlich auf den Punkt. Sprechen wir jetzt noch über das vierte Preis. Nun, das ist ganz einfach. Das ist der Wert deiner Leistung. Da habe ich in letzter Zeit auch ein paar Videos drüber gemacht. Auch hier auf YouTube. Schaust dir halt an, in diesem Kanal. Wie viel ist meine Leistung wert, etc. Ich kann dir hier immer nur wieder dieses Schaubild klar machen. Kunde steht hier, will hier hin. Ausgangssituation A, Zielzustand Z. Alleine schafft die Person das nicht. Du mit deiner Leistung, mit deinem Angebot hilfst, deiner spezifischen Zielgruppe in deinem Markt entweder das spezifische Problem zu lösen oder das spezifische Wunsch, Ziel zu erreichen und führst sie kontinuierlich von dort nach dort. Das heißt, wenn man sich das mal im Klartext hier ansieht, lieferst du hier Ergebnisse. Wirkliche Ergebnisse. Das bedeutet, dein Kunde ist nach Konsum deines Angebots zufriedener und erfolgreicher und sagt, ja, ich habe es geschafft. Und nicht irgendwie, ja, war nett, aber hat mir auch nichts gemacht. In dem Moment, wo dein Angebot so gut ist, dass das erfolgt, du Kunden von A nach Z führst, Ergebnisse bringst, hat das einen Wert. Punkt. Achtung. Dieser Wert ist hoch. Je größer das spezifische Problem ist oder je dringender der spezifische Wunsch ist, desto mehr hat deine Leistung einen Wert. Desto höher ist der Wert. Das heißt, das hier ist ganz eng verknüpft hiermit. Okay? So funktioniert nun mal die Welt. Das heißt, aus meiner Sicht ist es das. Das sind die vier Schritte. Das sind die vier Dinge von der Idee zum Geldverdienen. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja, ist okay, habe ich verstanden, aber wie gewinne ich denn jetzt Kunden? Nun, schreiben wir es nochmal hier hin. Machen wir mal in grün. Ich schreibe mal hier hin, Kunden, Doppelpunkt, wie. Ganz einfach. Ich habe ja gesagt, vier plus drei Dinge. Vier Dinge. Jetzt kommen noch drei. Das eine ist, A, Reichweite. Denn wenn du ein Angebot kreiert hast, hier oben, für deinen Markt, für die Zielgruppe, für zur Lösung spezifischen Problems oder Wunsches, dann macht es jetzt natürlich Sinn, dass Menschen aus deiner Zielgruppe dieses Angebot wahrnehmen. Das nennt man Reichweite. Wie viele Menschen erreichst du? Wie viele Menschen nehmen es wahr? Wie viele Touchpoints kreierst du? Und das ist Reichweite. Und dort hast du zwei Möglichkeiten. Du hast einmal den Weg der organischen Reichweite und du hast den Weg der anorganischen Reichweite. Organisch ist von Vorteil und zwar ist mehr oder weniger, ich schreibe das jetzt mal hier hin, gratis. Achtung, ich meine damit jetzt nicht Zero Traffic oder sowas, sondern ich meine Menschen aus deiner Zielgruppe. Wo kannst du die erreichen und vielleicht durch aktives Kontaktieren ins Gespräch bringen? Denn Achtung, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Je mehr du mit Menschen aus deiner Zielgruppe in Kontakt trittst, mit ihnen sprichst, mit ihnen E-Mails schickst, also Kontaktpunkte schaffst, desto mehr Kunden wirst du gewinnen. Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. So einfach ist es nun mal. Und da gibt es organisch tolle Möglichkeiten, die wir beispielsweise auch bei uns in Business Builder, in unserem Business Builder Coaching, unseren Kunden zeigen, wie du von Null an am Anfang erstmal Luft unter die Flügel kriegst. Indem du organisch, ohne Geld auszugeben, gratis Kunden gewinnst und schon mal die ersten fünfstelligen Umsätze damit machst. Dann gibt es aber auch noch natürlich anorganisch. Anorganisch, da befinden wir uns dann schnell im Bereich des PPC. PPC steht für Pay-Per-Click, das ist bezahlte Werbung im Internet. Er wird das Search über Google oder Display über Facebook und so weiter und so fort. Im Idealfall, man kann nicht sagen, was ist besser, sondern ist es in der Regel ein Zusammenspiel aus beiden. Google und Facebook im anorganischen Bereich. Hier kommt Geld ins Spiel. Das heißt, wenn hier Geld ins Spiel kommt, kommt es jetzt darauf an, wie stark und wie gut ist natürlich dein Vertriebsprozess. Völlig klar. Der Vertriebsprozess beginnt mit Punkt B. Wie kriegst du nämlich jetzt Leute, die es wahrnehmen, die ja nur Reichweite erst einmal sind, wie kriegst du sie dazu, bei dir in deinen Funnel zu kommen? Hm, das heißt, wir sprechen hier über Zielgruppenbesitzaufbau. Es gilt nun, Zielgruppenbesitzaufzubauen. Denn diese Menschen, die deine Angebote wahrnehmen, die besitzt du ja nicht. Das ist wie wenn du ein Ladengeschäft hättest und die laufen draußen vorbei. Vielleicht kommen sie auch mal rein und sagen, ich gucke nur und gehe wieder raus. Da kann man ja nicht von Zielgruppenbesitz sprechen, sondern du bist immer noch im Wartemarketing. Du wartest, bis die wiederkommen. Ob es klappt oder nicht, wissen wir nicht. Deswegen sage ich, nein, wir wollen kein Wartemarketing oder Hoffnungsmarketing machen. Nein, wir wollen selber in den Drivers ziehen. Wir wollen selber das Steuer in der Hand haben, um aktiv selber Kontaktpunkte zu diesen potenziellen Kunden aufbauen zu können. Zum Beispiel über E-Mail-Marketing. Sprechen wir aber gleich drüber. Und deswegen, Zielgruppenbesitz ist hier das Zweite, wie du dann Kunden gewinnst. Wie geht das? Das ist ehrlich gesagt ganz einfach. Durch Content. Ja, aber wie? Nun, noch einfacher, durch Value Content. Value Content bedeutet, du hast in deinem Markt, Achtung, ich referenziere wieder hierauf, zur Lösung eines spezifischen Problems oder Erreichung eines spezifischen Wunsches für deine Zielgruppe, hast du doch Wissen. Dieses Wissen wendest du an im Form von Content. Das ist Value Content. Content, Value bedeutet ja Wert. Content hat dann etwas Wert, Value, wenn dieser Content alleine schon dazu beiträgt, dass deine Zielgruppe sagt, boah, cool, das hilft mir ja, um ein spezifisches Problem zu lösen. Oh, das hilft mir ja, um einen spezifischen Wunsch zu erfüllen. Das ist so wichtig. Und das ist so simpel eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, oder? Das heißt also hier, werde Wissensführer und eignet dir wertvolles, Value, wertvolles Wissen an, was du in Form von Content nun rausgibst. Und das, was du hier machst, ist das, was ich seit irgendwie 20 Jahren erzähle. Du initiierst hier bitte ein Tauschgeschäft. Und das Tauschgeschäft lautet nun mal, wie schon immer, Daten gegen Geschenk. Okay, was für Daten und was für ein Geschenk? Ganz einfach, Daten sind die, oder ist die E-Mail. Du möchtest von deiner Zielgruppe E-Mail-Adressen haben, okay? Geschenk ist das hier, Value Content. Du lieferst Value Content und sagst, hey, das kannst du haben, kannst du dir jetzt herunterladen, trag einfach kurz deine E-Mail-Adresse ein. E-Mail gegen Value Content. Was kann dieser Value Content sein? Du, unterschiedlich. Bei uns funktionieren Videos sehr, sehr gut, trag dich ein, um das Video zu sehen. Bei uns funktionieren Checklisten sehr gut, trag dich jetzt ein, um die Checkliste zu kriegen. Bei uns funktionieren E-Books gut, hey, trag dich jetzt ein, um das E-Book zu kriegen, wie du XYZ erreichst, wie du XYZ löst. Tauschgeschäft, initiiere ein Tauschgeschäft, was da heißt, Daten gegen Geschenk. Das ist Schritt 2, Zielgruppenbesitz aufbauen. Erst Reichweite, dann Zielgruppenbesitz aufbauen. Jetzt kommt das dritte, C, und das ist dein Vertriebsprozess. Denn der beginnt ja, indem du, eigentlich beginnt der ganz, ganz vorne, aber gucken wir uns jetzt mal nur die Verarbeitung des Zielgruppenbesitzes ein. Du sammelst die Zielgruppenbesitz ein. Jetzt kommt der Vertriebsprozess. Der Vertriebsprozess ist gleich Funnel, der ja die Aufgabe hat, maximal viele dieser Menschen, die du eingesammelt hast, zu kaufenden Kunden zu machen. Das funktioniert je nach Geschäftsmodell völlig unterschiedlich. Ich bin ein Riesenfreund von Geschäftsmodellen, die Hybrid funktionieren. Was ist Hybrid? Hybrid ist, wenn du dir ein Auto anguckst, dann ist das Hybrid, indem es zum Beispiel Verbrennungstechnik mit Elektrotechnik kombiniert. Das hat einen normalen Verbrennungsmotor, aber kann teilweise auch elektrisch fahren. Das kann beides Hybrid. Oder der hybride Kunde. Die Kundin, die sich ihre Handtaschen bei Louis Vuitton kauft, Luxus. Aber ihren Wocheneinkauf bei Lidl. Discount. Hybrid. Beides bedeutet Hybrid. Ich bin ein Freund von hybriden Vertriebsprozessen. Das bedeutet, wir nutzen beides, sowohl Online-Prozesse als auch Offline-Prozesse. Denn es gibt ja jede Menge Geschäftsmodelle. Da kann man das Internet nutzen, einen Funnel nutzen, einen Online-Vertriebsprozess nutzen, um Leads, die du hier einsammelst, zu qualifizieren und auf den Elfmeterpunkt zu legen. Um sie dann zum Beispiel in einem persönlichen Gespräch live oder am Telefon zum Abschluss zu führen. Das heißt, hier ist aus meiner Sicht das Erste, dein MOZ zu definieren. Das spreche ich ja immer wieder von. Das maximale Online-Vertriebsziel. Zu gucken, was ist das? Also, wenn wir uns deinen Vertriebsprozess angucken, ist das ein Geschäft, bei dem der Kunde tatsächlich auf einer Webseite rein online auch kaufen kann, die Bestellung abschließen kann? Oder ist das ein Geschäft, wo du sagst, hochgradig erklärungsbedürftig, hochgradig individuell, ich bin Bauingenieur, ich baue keine Ahnung was für Anlagen. Das kann man ja nicht über einen Klick auf einer Webseite machen, sondern das ist ein längerer Kennenlernen und am Ende Diskussionsprozess, wo hoffentlich ein Abschluss am Ende steht. Dann gilt für dich also zu definieren, was ist das maximale Online-Vertriebsziel? Was ist das, was du maximal online durch einen Online-Funnel erreichen kannst? Ist es der Kauf oder ist es, trag dich ein für ein Telefonat oder ist es, trag dich ein für einen persönlichen Termin oder ist es, trag dich ein, damit mal unser Außendienst vorbeikommen kann? Was auch immer, da gibt es Unterschiede. Aber vom MOZ aus rückwärts definierst du dann die Schritte in deinem Vertriebsprozess. Und das findet so statt. Und deswegen, ihr habt gefragt, hey, wie geht es von der Idee zum Geldverdienen zu kommen? Ich habe überlegt und sage, okay, es sind vier Sachen plus drei Sachen. Das ist es. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Das ist schon mal das Erste. Daumen nach oben. Das Zweite ist, wenn du Lust hast, lass uns doch mal das hier, wenn du am Anfang stehst, in ein Konzept bringen. Lass uns dazu telefonieren. Mal eine Strategie-Session machen. Du findest unter dem Video dazu einen Link. Trag dich ein, dann telefonieren wir dazu. Und werden für dich am Telefon diese vier Punkte durchgehen plus diese drei Dinge durchgehen. Und für dich komplett konzeptionieren. So, dass es fertig ist. Und dann kannst du loslegen und sagst, tschakka, yes. Action. Ich bringe jetzt PS auf die Straße. Ich erreiche jetzt Ergebnisse. Und trag dich also ein unter dem Video. Und ansonsten, hinterherst mir gerne einen Kommentar, was du dazu denkst. Ob dir das geholfen hat. Abonnier diesen Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.